Im Universum hängt alles mit allem zusammen. Geht etwas kaputt, selbst das allerkleinste Teil, geht auch das ganze Universum kaputt. Das hier ist ein Auerochse, eine bösartige Kreatur. Der Sturm kommt, der Sturm kommt! Ihr müsst alle lernen, wie man überlebt. Ich bin dein Daddy und ich werde immer auf dich aufpassen, okay? Wenn ich meine Augen zumache, sehe ich, dass alles, was mich erschaffen hat, in unsichtbaren Teilen um mich herumfliegt. Ich sehe, dass ich ein kleines Teil eines riesengroßen Universums bin. Du wirst der König vom Bastab sein, das verspreche ich. In einer Million Jahren, wenn Kinder in die Schule gehen, werden sie lernen, es gab einmal eine Haschpati. Und sie lebte mit ihrem Vater in Bastab. Wer ist der Boss? Ich bin der Boss!